Hallo, hier ist Dueser Paul mit dem Thema Komprimieren von CSS und JavaScript. CSS-Dateien und JavaScript-Dateien sind Bausteine für Webseiten. Viele kennen es vielleicht von dem häufig verwendeten CSS-Framework Bootstrap oder von anderen Frameworks. Es gibt eine CSS-Datei oder JavaScript-Datei, die kann man recht gut lesen und überschauen. Und es gibt eine komprimierte oder minimierte Form, meist gekennzeichnet durch MIN, wo jegliche unnötigen Zeichen fehlen. Die Syntax stimmt aber. Es ist der gleiche Quellcode. Die Datei ist aber logischerweise kleiner. In der Regel sind CSS- und JavaScript-Dateien nicht zu groß. Aber wenn für eine Webseite mehrere Frameworks genutzt werden und auch noch eigene CSS- und JavaScript-Dateien hinzukommen, lohnt es sich sicherlich, die CSS- und JavaScript-Dateien zu komprimieren und damit die Ladezeit der Webseite herunterzuschrauben. Die Pakete libclosure-compiler-java und yui-compressor unter Linux, Linux-Mint in dem Fall, enthalten Tools, um JavaScript-Dateien in die komprimierte Form zu bringen, müssen also per Paketmanager installiert werden. Mittels Closure-Compiler-Originaldatei, zum Beispiel hier bootstrap.js, größer als Zeichen für Output in eine Datei schreiben und dann die komprimierte Datei, zum Beispiel b.min.js, wird die JavaScript-Datei minimiert. Closure-Compiler sucht ebenfalls nach Fehlern. Die Originaldatei sieht so aus, cat-leerzeichen bootstrap.js und die komprimierte Form sieht dann so aus, cat-leerzeichen b.min.js und der Zuhilfenahme von yui-compressor, leerzeichen minus o, dann die komprimierte Datei, zum Beispiel b.min.js und dann die Originaldatei bootstrap.js. kann man genauso eine JavaScript-Datei oder auch eine CSS-Datei komprimieren. Und die komprimierte Datei sieht vom Inhalt her so aus, cat-leerzeichen b.min.js. Und jetzt mal die Größe vergleichen. Erstmal die Größe anzeigen mit ls-l, b-sternchen .js. Und da sind die Dateien. Einmal hier die Originaldatei bootstrap.js mit 66.732 Byte und dann die komprimierte Form. Einmal mit 35.082 Byte und mit 36.588 Byte. Das war UserPowerForum Screencast. Ciao und viel Glück!